Okay, ich nehme Vereinigte Staaten für 500. Unser Doppelbonus. Wacko, wie viel riskierst du auf den Doppelbonus? Ich will alles setzen. Ganz wie du willst. Zu dem Thema Vereinigte Staaten lautet die Antwort die Namen aller 50 Bundesstaaten und ihre Hauptstädte. Na gut. Es geht los. Baton Rouge, Louisiana, Indianapolis, Indiana und Kolumbus ist die Hauptstadt hier in Ohio. Hier ist Montgomery, Alabama, südlich Helena, Montana. Hier liegt Denver, Colorado und da Boise, Idaho. Texas, South Austin und Richtung Nord. Nach Massachusetts, Boston und Albany, New York. Tallahassee, Florida und Washington, D.C. Santa Fe, New Mexico und Nashville, Tennessee. Da hat so ein Typ namens Elvis gewohnt. Tratton in New Jersey, Notley, Jefferson, Missouri. Hier liegt Richmond in Virginia, Faust, Dakota. Happy Air, Harrisburg in Pennsylvania. Unter Wasser liegt in Maine. Und hier ist Providence, Rhode Island neben Dover, Delaware. Kanker hat New Hampshire, ein Abstecher lohnt. Nach Montpellier, das liegt hier in Vermont. Hartford in Connecticut, da find ich's immer toll. Und Kansas hat Topeka, Minnesota, Hudson, Paul. Juno in Alaska und auch Lincoln in Nebraska. Dann geht's Raleigh hier in North Carolina. Und dann gibt's Madison, Wisconsin und Olympia in Washington. Phoenix, Arizona und Landing, Michigan. Hier ist Honolulu, tolles Sauferweih. Jackson, Mississippi und Springfield, Illinois. Faust Carolina mit Columbia und ne Wucht. Ist da Napolis in Maryland, ein Chatterpeaks-Bucht. Da gibt's die leckerste Fischsuppe. Cheyenne liegt in Wyoming, doch vielleicht zieht's euch auch hin. Nach Salt Lake City, hier in Utah, wo die Büffelweiden sind. Atlanta liegt in Georgia und es gibt Bismarck, North Dakota. Und Frankfurt in Kentucky, na, das weiß ja jedes Kind. Salem in Oregon kann uns erfreuen. Little Rock in Arkansas, Iowa und die neuen Sacramento, Kalifornien, Oklahoma, seine City. Charleston, West Virginia und Nevada, Carson City. Das waren die Hauptstädte. Na und? Oh, wirklich zu schade. Du hast die Antwort leider nicht als Frage formuliert. Das war die Antwort.